Und das Feld geht auf die Reise, Autoservice Bad Bodenteich, Waage ist in Führung, Waage in Führung. Jetzt kommt der herrlich verbeulte Wagen von der Motorsportgemeinschaft. Porter kriegt nochmal von der 828 eins vor dem Ohrst zur Autoservice Bad Bodenteich. Und der Überschlag, super Überschlag von Alvin Wolf. So, fünf Kolleginnen bleiben jetzt über Autoservice Bad Bodenteich mit der schnellsten Reaktion. Ingo Schlüter ganz ruhig auf der Außenbahn ist an vierter Stelle und versucht jetzt sich auf die dritte Position zu kämpfen. Und Niko Kölle wartet. Der hat den Start nicht verschlafen, den wir von hinten aufräumen. Und gegen Ohrschlüter wieder eine ganz weite Bahn. Niko Kölle lässt sich einfach in Ruhe. So, jetzt hat Niko Kölle den Wagen von der Motorsportgemeinschaft. Porter, Vorsicht. Mal schauen, was passiert. Und mal schauen, ob wir jetzt noch einen schönen Angriff kriegen. Niko hält sich noch zurück, obwohl ich gesehen habe, auf der Kran ist er ein bisschen schneller. Ingo Schlüter von den 30 Stars an der vierten Position. So, bei der Motorsportgemeinschaft hängt so ein bisschen der Kabelbaum raus. Vorne links und kommt Niko Kölle mit der vorbei. Ja, er kommt vorbei. Jetzt ist er hinter dem auch. So, lang 690, hier muss er den Platz aufgeben. Plattfuße vorne links, Motorsportgemeinschaft, äh Quatsch, Autosuhebe. So, Niko Schlüter macht den Platz gut. Und die letzten Meter für den Fischow, 205 vor dem Golf der Freien. Sie sind da normalerweise. Vielen Dank.